Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute geht es um das Thema Ambassador werden oder auch Markenbotschafter genannt. Was steckt dahinter? Ist das sinnvoll? Wie kommt man dahin? Das sind solche Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Und ich habe mich entschieden, da einfach mal ganz offen drüber zu sprechen. Und ich glaube, da auch ein bisschen aufzuräumen mit dem einen oder anderen Vorurteil und auch herauszufinden, ob eine solche Zusammenarbeit überhaupt sinnvoll und erstrebenswert ist. Und die Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de Gleichzeitig freue ich mich natürlich, wenn ihr mir ein Abo dalasst auf irgendeiner der Podcast-Plattformen oder mich dort auch bewertet. Vielen Dank! Wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, dass mir die interessantesten Ideen meistens beim Joggen oder beim Laufen kommen. Also immer, wenn ich Sport mache, denke ich über bestimmte Dinge nach. Und neulich habe ich sehr, sehr intensiv über das Thema Authentizität nachgedacht, über das Thema, was bedeutet überhaupt Werbung, was bedeutet es, Ambassador oder auch Markenbotschafter zu sein. Und da habe ich mir doch sehr, sehr intensiv auch Gedanken darüber gemacht, wie bin ich da auch hingekommen und warum arbeiten bestimmte Firmen auch mit mir zusammen. Und für mich waren da drei Dinge ganz, ganz essentiell, um erstmal zu begreifen, worum es da geht. Aus meiner Sicht ist es eine Partnerschaft. Und eine Partnerschaft bedeutet immer eine Unterstützung und einen Mehrwert. Und das ist keine Einbahnstraße. Das heißt, ich möchte eine Unterstützung bekommen, umgekehrt möchte ich aber auch eine Unterstützung liefern. Und für mich muss eine Firma, eine Marke, jemand, mit dem ich zusammenarbeite, mir einen Mehrwert bringen. Und umgekehrt muss ich auch einen Mehrwert liefern können. Das heißt, in dem Moment, wo ich nur nehmen möchte, ist eine Partnerschaft schon mal gestorben, weil eine Partnerschaft immer dieses gegenseitige Bespielen eben mitbringen muss. Und nur dann kann eine Partnerschaft überhaupt erfolgreich sein. Und ich sehe jede Zusammenarbeit immer als eine Partnerschaft langfristig angelegt. Ich will mit niemandem kurzfristig zusammenarbeiten. Das bringt mir überhaupt nichts. Warum? Die Kraft und Energie und die Zeit, die man investiert in den Start einer solchen Beziehung, die ist meistens so hoch, dass das erste Projekt sich überhaupt hinten und vorne nicht lohnt. Das heißt, Zielsetzung ist für mich immer, ich will langfristig mit der Firma zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass da das Thema Loyalität eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und die Loyalität gilt bei mir immer in allererster Linie meinen Freunden und meinen Kunden. Das heißt, ich will am nächsten Morgen in den Spiegel gucken können und sagen können, okay, wenn ich jetzt sage, das Produkt von Canon ist super, dann will ich am nächsten Morgen aufstehen können, ja, ich finde das wirklich super und mir da selber in den Spiegel gucken können und sagen, das habe ich mit vollster Überzeugung gesagt. Das heißt, ich bin loyal gegenüber in allererster Linie immer meinen Kunden. Und dann kommt erst die Loyalität gegenüber einer Firma. Das heißt, für mich kommt es überhaupt nicht in Frage, von irgendeinem Produkt oder von irgendeiner Firma zu behaupten, die ist total toll, wenn ich das persönlich überhaupt nicht so empfinde. Das heißt, da muss jeder sein Konzept finden. Für mich ist diese Loyalität extrem, extrem wichtig. Und deshalb arbeite ich eben auch mit meinen Partnern auch über Jahre hinweg zusammen, weil ich einfach sehe, dass man gemeinsam Dinge bewegen kann und mir macht das auch Freude. Und aus meiner Sicht ist eine Ambassador-Anfrage, also die Anfrage, ob man für eine Firma etwas machen möchte, nicht immer eine Ehre. Im Gegenteil, ich würde sagen, bei 90, 95, vielleicht 99 Prozent der Anfragen suchen die Firmen einfach einen Dummen. Die Firmen wollen einfach nur billig eine Conversation einkaufen mit meinen Followern und meinen Kunden, mit meinen Lesern, mit euch also. Und da muss man sich wirklich im Klaren darüber sein. Die Anfrage, hey, möchtest du nicht dieses Produkt oder jenes Produkt oder das Softwarethema pushen oder dürfen wir das nicht platzieren? Das ist zunächst einmal eine ganz plumpe Anfrage einer Firma, oftmals nur um ihr Produkt zu platzieren und auf gut Deutsch ganz billig an Werbung zu kommen. Und das ist aus meiner Sicht überhaupt keine Ehre, sondern das ist mehr die Unterstellung hier, da ist ein Dummer, der das für uns machen kann und wenn der das nicht macht, dann schreiben wir halt noch tausend an und irgendeiner wird das schon für uns machen. Und deswegen würde ich immer sehr, sehr genau überlegen, mit wem ich zusammenarbeiten möchte überhaupt. Und die Frage ist immer, wann kommt eine Firma auf euch zu? Und die interessanten Firmen, die wirklich coole Produkte liefern, die kommen auf euch zu aus zwei Gründen. Entweder ihr seid authentisch, dann habt ihr es aus meiner Sicht schon geschafft, dann ist das die gute Basis für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, weil ihr deswegen eine Firma überzeugt, weil ihr authentisch seid und die Produkte vermutlich ohnehin verwendet und gut findet. Die Alternative wäre, ihr habt eine enorme Reichweite, also als Plattform gesehen, ihr seid eine Plattform, die viel Reichweite erzeugt und viele Menschen erreicht und dann werdet ihr im Endeffekt als Werbeplattform oft gesehen und deswegen kommt eine Firma auf euch zu. Aber was zeichnet eigentlich wirklich das Ambassador oder das Markenbotschafter sein aus? Und wie ich schon gesagt habe, für mich ist das Thema Partnerschaft das Essentiellste. Was oder warum geht eine Firma, eine Partnerschaft mit euch ein? Und die Antwort ist eigentlich relativ klar. Was bekommt das Gegenüber dafür? Und das Gegenüber bekommt im Endeffekt von euch eine gewisse Reichweite. Die Reichweite muss nicht rein klickbasiert gewertet werden. Je nachdem, seid ihr vielleicht sehr, sehr spitz in einer Branche unterwegs, die interessant ist für das Unternehmen. Zum Beispiel, ich bin ganz, ganz spitz in der Naturfotografie unterwegs. Ich bediene eigentlich nur den Markt der Naturfotografen im deutschsprachigen Raum, vor allem Deutschland, Österreich, Schweiz. Und damit habe ich eine ganz, ganz genaue Spitze, dessen wen ich eigentlich erreiche. Und die Firmen, die kaufen im Endeffekt Authentizität ein. Weil wenn jemand, der in seiner Branche einen guten Ruf hat, sagt, das ist ein richtig, richtig geiles Produkt, dann wirkt die Marke, dann wirkt das Produkt authentischer. Das heißt, die Firmen wollen gerne nicht nur Reichweite abgreifen, die wollen natürlich auch Authentizität und Interaktion mit ihren Nutzern schaffen. Und da geht es natürlich darum, im Endeffekt wirklich auch Verkäufe zu generieren. Und das ist am Ende immer das Ziel des Unternehmens, Verkäufe zu generieren. Die Unternehmen, die langfristiger denken, die denken da wirklich auch an das Thema Authentizität und alles drumherum und das Bilden einer Marke. Und die, die ganz plump einfach hunderte Leute anfragen, denen geht es dann wirklich nur um die Verkäufe. Und was ich einfach festgestellt habe, wenn man lange mit Firmen zusammenarbeitet, partnerschaftlich, dann kommt man irgendwann auch in einen nächsten Punkt mit rein, wenn die merken, hey, der hat wirklich Ahnung davon, was er macht, dann kommt man irgendwann auch in die Weiterentwicklung der Produkte rein. Und eigentlich bedeutet das für mich den interessantesten Part einer Zusammenarbeit, nämlich das Weiterentwickeln von Produkten. Ich arbeite zum Beispiel unglaublich gerne mit Noroflex zusammen, weil ich einfach die Chance habe, ich gehe da hin, ich sage, Mensch, so und so stelle ich mir das Produkt in Zukunft vor, dann sagen die, wir wissen nicht, ob das Material das mitmacht. Dann sage ich, ich will das trotzdem mal ausprobieren. Dann bauen die mir das Teil, ich probiere das aus, ich habe das dann zwei Wochen im Einsatz und sage, Mensch, ihr hattet recht, das war meine blöde Idee, ich bin kein Ingenieur, hat leider nicht funktioniert. Aber so kann man mit der Zeit Produkte entwickeln und an den Markt bringen, die wirklich an meine Bedürfnisse angepasst sind. Und wenn das meine Bedürfnisse sind, sind das hoffentlich auch eure Bedürfnisse, die ihr ja ähnliche Fotos macht oder in ähnlichen Bereichen fotografiert, wie ich auch. Und für mich bedeutet dieses Thema gemeinsam etwas tun, also dieses Thema Partnerschaft eben, was bekomme ich auch als Fotograf. Und was ich bekomme, ist in allererster Linie, ich möchte mein Problem gelöst haben. Mir ist erstmals Unternehmen zweitrangig, aber warum ich mit dem Produkt eines Unternehmens arbeite, ist, ich möchte mein Problem gelöst haben. Mein Problem bei einer Kameramark ist, ich möchte gerne ein Foto machen. Das heißt, ich brauche einen Fotoapparat. Mein Problem könnte sein, ich möchte gerne Tieraufnahmen machen. Dann hätte ich gerne ein sehr gutes Teleobjektiv. Mein Problem kann aber auch ein ganz anderes sein. Und das heißt, warum ich eine Firma erstmal gut finde, ist, weil die in meinen Augen mein Problem am allerbesten lösen. Das ist erstmal der Grund, warum ich auf eine Firma aufmerksam werde. Und dann gibt es verschiedene Modelle, was kann man überhaupt bekommen von einer Firma. Im Endeffekt bekommt man entweder Equipment oder Geld oder auch Werbung von einer Firma. Werbung geht nämlich nicht nur in eine Richtung, sondern auch in die andere. Wenn ein Unternehmen, das sehr, sehr viele Follower hat und eine große Reichweite hat, mich als Fotograf unterstützt und das auch öffentlich kundtut, dann bekomme ich ja natürlich auch mehr Reichweite und werde mehr gesehen, als wenn die das nicht tun würden. Das heißt, auch die Firma, mit der ich zusammenarbeite, kann mir gegenüber ja eine Werbeleistung dadurch erzeugen. Und an der Stelle muss ich auch ganz klar sagen, Unternehmen, die euch nur Ausrüstung zur Verfügung stellen wollen, das sind die Billigheimser, die eure Authentizität abgreifen wollen. Und ich weiß, das klingt jetzt extrem hart, aber versetzt euch mal in die Lage eines professionell arbeitenden Kreativen. Egal, was der jetzt macht. Jetzt gehen wir einfach mal vom Fotografen, von mir aus. Ich bekomme jetzt ein Stativ geschenkt. Oder nee, machen wir mal ein Objektiv. Ich bekomme jetzt ein Objektiv geschenkt. Super. Jetzt habe ich dieses Objektiv. Wenn es gut läuft, kann ich mein anderes Objektiv verkaufen. Das heißt, ich habe erstmal kurzfristig ein bisschen Geld bekommen. Jetzt habe ich dieses Objektiv und wir arbeiten jetzt zusammen. Irgendwann kommt vielleicht ein Nachfolger. Ich kriege noch ein Objektiv. Super, ich habe zwei Objektive bekommen. Jetzt kann ich das erste Objektiv aber nicht verkaufen, weil das schadet ja dem Ruf des Unternehmens, mit dem ich zusammenarbeite. Zumindest wenn ich authentisch bin, würde ich das nicht machen. Also habe ich jetzt zwei Objektive und das eine ist dann ein Backup. Das andere ist halt das Objektiv, mit dem ich gerade arbeite, weil der Nachfolger ist ja hoffentlich auch besser geworden. Und jetzt kommt noch ein Nachfolger dieses Objektiv. Jetzt kriege ich ein drittes Objektiv vom Hersteller geschenkt. Jetzt habe ich drei Objektive. Langsam geht mir der Platz im Keller dafür aus. Und ich bekomme eigentlich überhaupt keine wirkliche Gegenleistung, mit der ich als Professioneller arbeiten kann. Weil, denn ich möchte ja selber die Wahl haben. Gehe ich zum Bäcker, kaufe ich mir ein Brötchen von dem Geld. Gehe ich zum Hersteller, kaufe mir dafür ein Objektiv. Oder gehe ich zum anderen Hersteller und kaufe mir ein Auto von dem Geld. Und in dem Moment, wo ich wirklich immer nur Produkte als Unterstützung bekomme, habe ich ein Problem als professionell arbeitender Kreativer. Und das muss man ganz, ganz klar sehen. Das heißt, der Amateur denkt ja immer, boah, der kriegt bestimmt was umsonst. Ich persönlich empfinde es überhaupt nicht als erstrebenswert, von einer Firma etwas geschenkt zu bekommen. Weil alles, was ich machen kann, ist eigentlich, das, was ich vorher gekauft hatte, zu verkaufen und dann das andere Produkt zu benutzen, was mir eigentlich relativ wenig bringt. Und deshalb bin ich immer ein Freund davon, ganz offen darüber zu sprechen, dass ich für eine Leistung immer bezahlt werden möchte oder eben nicht mit Firmen zusammenarbeiten werde. Und was für mich immer ein ganz, ganz großer Showstopper ist, ist nicht nur das, sondern auch das Thema schlechte Zusammenarbeit. Ich möchte mit Firmen partnerschaftlich zusammenarbeiten. Das heißt, ich will da Input reingeben. Weil für mich ist immer das Ziel, dass das Produkt am Ende besser werden soll. Warum soll das Produkt besser werden? Damit es meine Bedürfnisse besser erfüllt und ich meine eigentliche Aufgaben, meinen eigentlichen Job besser erfüllen kann. Das ist mein Ziel. Und wenn ich bei Firmen Input reingebe, und davon gibt es sehr, sehr viele, du gibst ganz konkreten Input, das und das müsste geändert werden, hier, das ist ein Zentimeter zu kurz, weil das und das ist. Oder ihr gebt da wirklich Input rein, ganz konkrete Verbesserungsvorschläge, die auch umsetzbar sind und die ganz konkret sind. Und dieses Feedback findet nie Gehör. Dann ist das für mich extrem frustrierend. Und dann stelle ich persönlich auch irgendwann die Unterstützung eines solchen Unternehmens schlichtweg ein, weil meine Probleme, meine Herausforderungen und damit auch die Probleme meiner Kunden und eure Probleme überhaupt nicht gelöst werden wollen. Und was soll ich dann mit so einem Unternehmen zusammenarbeiten? Das bringt mir meiner Meinung nach überhaupt nichts. Das ist für mich einfach nur Zeitverschwendung. Das heißt, welche Fragen solltet ihr euch oder welche Fragen stelle ich mir immer in so einem Zusammenhang? Welche Fragen solltet ihr euch bei einer Zusammenarbeit immer stellen? Die allererste Frage ist, was brauche ich überhaupt? Als Beispiel, wenn ihr ein Produkt angeboten bekommt, eine Firma auf euch zukommt, dessen Produkt ihr überhaupt nicht braucht, dann ist das reinste Zeitverschwendung überhaupt, darüber nachzudenken oder damit mit denen zusammenzuarbeiten zu wollen. Das ist nicht authentisch. Und die nächste Frage ist, warum brauche ich dieses Produkt? Und natürlich auch, wer bietet mir die beste Lösung? Und wenn ihr entschieden habt, wer euch die beste Lösung liefern kann, dann wollt ihr mit diesem einen Hersteller zusammenarbeiten. Egal, welcher Hersteller das ist, wenn ihr für euch entschieden habt, das ist die beste Lösung für mich oder das ist die beste Lösung in euren Augen, dann wollt ihr mit dem zusammenarbeiten. Und ich habe da eine ganz straighte Philosophie. Entweder ich werde dort Ambassador oder Markenbotschafter oder wie man das auch immer nennt, oder ich kaufe mir das Equipment selber. Weil was bringt mir das zweitbeste Werkzeug in meinen Augen zu haben, wenn ich das Beste haben könnte, nur weil ich es gratis bekomme? Das sehe ich persönlich überhaupt nicht ein. Das heißt, das, was ihr wirklich haben wollt, mit dem ihr wirklich arbeiten wollt, nur darauf lohnt es sich hinzuarbeiten, mit diesen Firmen zusammenzuarbeiten. Ansonsten, ich habe da eine ganz klare Philosophie, das Zweitbeste ist nicht das, mit dem ich arbeiten möchte. Ich habe ganz klar im Kopf, mit wem oder mit was ich arbeiten will und da bin ich auch bereit, Geld dafür zu bezahlen. Und eine ganz wichtige Frage, die ihr euch stellen solltet immer, ist meine Zusammenarbeit oder ist diese Arbeit gratis oder umsonst? Gratis bedeutet nämlich, dass es nichts kostet und umsonst bedeutet, dass es euch nichts bringt. Oder noch schlimmer, es schadet euch und eurer Authentizität. Das heißt, da müsst ihr wirklich ganz, ganz klar drauf achten, wie ihr euch positioniert und was ihr da überhaupt machen wollt. Weil, jetzt als Beispiel meine Branche, die Fotobranche, mit all ihren Herstellern, die ist winzig, die ist wirklich mini klein und alle Hersteller, alle reden miteinander. Die treffen sich immer auf den gleichen Messen, immer das ganze Jahr über und sprechen abends untereinander auch über andere Firmen, über andere Personen. Ihr braucht euch da keine Illusionen zu machen, dass das nicht passiert. Und das bedeutet, die Zusammenarbeit zwischen den Firmen ist natürlich auch ein Thema, über die untereinander gesprochen wird. Und ein seriöses Unternehmen, das probiert überhaupt nicht, euch von der einen Marke abzuwerben zu der anderen Marke. Das passiert überhaupt nicht. Oder sehr, sehr selten. Das heißt, die Strategie, ich fange mal an beim schlechtesten Stativhersteller und dann wird schon der bisschen bessere irgendwann fragen und dann am Ende bin ich dort angelangt, wo ich hin möchte. Das funktioniert überhaupt nicht. Im Gegenteil, jeder, der euch als Firma unterstellt, dass ihr sorgfältig ausgewählt habt, mit wem ihr zusammenarbeiten wollt, geht ja davon aus, dass ihr mit dem Partner erstmal zufrieden seid. Und wenn ihr zufrieden seid, dann wollt ihr ja ohnehin euch nicht verändern, weil eure Problemstellung ja bei dem anderen Hersteller vermutlich besser gelöst wird. Das heißt, ihr könnt da eigentlich nur eine Abwärtsspirale irgendwann auslösen, indem ihr zu oft zwischen den Partnern wechselt und im Endeffekt immer zu schlechteren Herstellern kommt und dadurch erzeugt ihr oder vernichtet ihr eure eigene Authentizität bei euren Lesern, bei euren Hörern, bei euren Zuschauern, wo auch immer. Und wenn ihr immer mehr von eurer Authentizität zerstört, macht ihr euch euren eigenen Ruf eigentlich permanent kaputt und diese Abwärtsspirale läuft jetzt nach unten. Und da nochmal erfolgreich rauszukommen, wirft euch quasi wieder zurück auf den Anfangspunkt. Das heißt, überlegt euch wirklich von vornherein, wo wollt ihr hin, welche Partner wollt ihr haben unbedingt und nur mit denen wird zusammengearbeitet und gebt euch dort nicht zufrieden mit einem anderen Hersteller. Das ist einfach nicht authentisch. Aber wenn ihr euch das wirklich mal vergegenwärtigt, ihr sucht euch euren Partner aus und ich suche mir immer meinen Partner aus, mit dem ich zusammenarbeiten will, weil er meine Bedürfnisse erfüllt. Das klingt zunächst egoistisch, aber wenn das der Fall ist, dann verinnerliche ich die Produkte, dann identifiziere ich mich mit den Produkten und dem Hersteller und dann steigt auf einmal mein eigener Wert dadurch, weil ich wirklich hinter den Produkten stehe und dadurch entsteht dann eine echte Partnerschaft. Und daraus leite ich für mich ganz, ganz klare Fragen ab, die ich mir persönlich regelmäßig stelle. Würde ich mir dieses Produkt selber kaufen? Ja oder nein? Wäre ich bereit für dieses Produkt diesen Preis zu bezahlen? Ja oder nein? Würde ich dieses Produkt einem Freund, also einem richtigen Freund, den ich jede Woche wieder sehe, wirklich weiterempfehlen? Und wenn das der Fall ist, dann kann ich gerne zusammenarbeiten. Wenn nicht, dann sage ich ganz klar, nein. Für mich ist an der Stelle wirklich das Wichtigste, am nächsten Morgen aufzustehen, in den Spiegel zu schauen und sagen, okay, ich mache das, was ich liebe, ich habe Bock auf Fotografie und ich mache das deswegen, weil es mir extrem viel Freude bereitet. Und wenn ich hier an der Stelle anders handeln würde, dann lüge ich jeden an, dann lüge ich meine Leser an, meine Zuhörer, meine Freunde und warum das alles? Ich frage mich dann immer, warum würde ich das tun? Ja, für ein Gratis-Produkt, schlimmsten Fall für ein Produkt, das umsonst ist. Und dann muss ich sagen, hey, so ein bisschen mehr Selbstachtung und Rückgrat würde da nicht schaden und genau deshalb bin ich da immer auch dahinter, da ganz, ganz straight unterwegs zu sein. Und aus meiner Sicht ist auch das Thema der Re-Evaluation extrem wichtig. Und eine Re-Evaluation funktioniert nur, wenn wir uns auf Ziele setzen. Das heißt, ich gehe immer realistisch an die Dinge heran. und das bedeutet, ihr solltet euch eure Ziele definieren. Diese Ziele sollten mit der Firma irgendwo auch vereinbart werden, mit der ihr zusammenarbeiten wollt und diese Ziele solltet ihr auch später für euch bewerten, als auch gemeinsam bewerten. Und daraus kann auch abgeleitet werden, war die Zusammenarbeit erfolgreich oder nicht. und wenn sie nicht erfolgreich war, dann gibt es nur zwei Optionen. Dann müsst ihr entweder nachsteuern, dass die erfolgreich wird oder ihr müsst euch trennen. Und ganz wichtig, diese Ziele, das müssen nicht klassische KPIs, nicht klassische Kennzahlen sein nach dem Motto, ich möchte gerne XY Umsatz gemacht haben, sondern das können ganz einfache Ziele für euch sein. Hat meine Meinung Gehör gefunden? Fanden meine Kunden das gut? Hat das Produkt wirklich für mich funktioniert? Das müssen keine harten Faktoren sein, das können auch weiche Faktoren sein, wo ihr feststellt, okay, die Zusammenarbeit funktioniert oder funktioniert nicht und das immer im Blick zu behalten, wo wollte ich eigentlich hin und ist das erfolgt oder ist das nicht erfolgt, ist aus meiner Sicht in einer solchen Zusammenarbeit extrem wichtig. Ich will einfach mal ein Beispiel machen, ich hatte neulich tatsächlich genau diesen Fall, ich habe mit einem Partner zusammengearbeitet, den die meisten vermutlich noch nicht mal kennen und ich wollte ein 60 Euro Produkt ausprobieren, ob das für mich etwas taugt und dann kam zurück, ja, bla bla bla, wir würden gerne ein Video Review haben und dies und jenes und dann habe ich nur zurückgeschrieben, Leute, ich bin nicht euer Idiot, für 60 Euro schickt mir lieber eine Rechnung, als dass ich jetzt anfange für euch Videos zu drehen und da merkt man auch, wie ein Unternehmen tickt, die erwarten jetzt dafür ein Produkt, das mich 60 Euro kostet nach Abzug aller Steuern, kostet mich das 30 Euro, die erwarten, dass ich für 30 Euro Content produziere, für 30 Euro netto könnt ihr nicht viel Arbeitszeit reinstecken als Selbstständiger und da muss man auch ganz klar sagen, entweder ihr fahrt dort eine harte Kante oder ihr werdet am Ende des Tages auch von den Unternehmen ausgenutzt und ich habe euch ja erklärt, warum euch eigentlich Gratisprodukte überhaupt nichts bringen und genau da solltet ihr euch immer überlegen, euch nicht in eine Zwickmühle rein zu navigieren von Gefälligkeiten und ähnlichem, sondern wirklich hingehen und ganz klar und straight sagen, wo ihr hin wollt, warum ihr da hin wollt, was die Ziele sind und nur wenn das zusammenpasst, dann macht eine Zusammenarbeit überhaupt Sinn und es gibt auch Unternehmen, mit denen ich total gerne zusammenarbeite, obwohl ich überhaupt nichts dafür bekomme und das mache ich einfach nur, weil ich zum Beispiel ein Unternehmen cool finde. Auch das kann eine Zusammenarbeit sein. Für mich das beste Beispiel zum Beispiel Huga Nature und Paramo, das sind beides total unbekannte Marken, die einen stellen Kleider her, die anderen oder der andere stellt im Endeffekt einfach nur Tarnzubehör her aus Polen und ich kaufe diese Produkte, ich finde die super, ich teile die nachher auch und ich mache das eigentlich nur deswegen, weil ich die Firmen unterstützen möchte, weil ich einfach sehe, dass die coole Produkte machen und genau an der Stelle fängt glaube ich wieder das Thema Schaffung von Authentizität an, weil ich diese Firmen dann unterstütze dadurch, dass sie mir gefallen und das ist authentisch und dadurch schaffe ich gegebenenfalls irgendwann Potenzial für neue Produkte, weil wenn das Ganze jetzt gekauft wird, dann haben die vielleicht auch Geld für Entwicklung und sagen super, wir entwickeln Produkte weiter und ihr erfahrt oder diese Firmen erfahren auch eine Wertschätzung durch euch, ihr kauft zum Beispiel jetzt so einen Tarnüberzug von Huga Nature und dann entwickelt sich das Unternehmen ja auch dadurch weiter und vielleicht ist dadurch irgendwann eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit möglich oder nicht, aber man muss ganz ganz klar sagen, so wird meiner Meinung nach Authentizität geschaffen, dadurch, dass man einfach das unterstützt, was man selber gut findet und deswegen war mir einfach mal ganz ganz wichtig darüber zu sprechen und das bedeutet, alles was ich euch überhaupt vorstelle in meinem Blog ist oftmals überhaupt nicht finanziert von den anderen Firmen, sondern einfach nur, weil ich die Produkte gut finde und bei mir ist die Zusammenarbeit nie darauf basierend, dass ich irgendwas geschenkt haben möchte, das ist mir eigentlich vollkommen egal, ich will eigentlich meine und eure Probleme mit dem Unternehmen lösen, das ist für mich eine wirkliche Zusammenarbeit und ein wirkliches Ziel, auf das ich hinarbeite und das drumherum nach dem Motto Mensch, du bekommst ja die Kamera einfach geschenkt vom Hersteller, das ist nicht der Fall, ich habe nicht ein einziges Canon-Produkt als Beispiel, das ich geschenkt bekommen habe, sei es von einem Händler, sei es von Canon selber, ich habe zu jedem Produkt bei mir eine Rechnung liegen und ich habe die auch bezahlt bei meinem Händler, aber natürlich, wenn ich Auftritte, Vorträge, irgendwelche Workshops zum Beispiel mit denen mache, dann bezahlt mich ein Unternehmen auch dafür, aber genau darum geht es, das ist meiner Meinung nach eine wertschätzende Zusammenarbeit, weil ich immer die Wahl habe, möchte ich mir das Produkt meines Partners kaufen oder möchte ich mein Geld an einer anderen Stelle ausgeben und dieses ganze Product Placement rein durch das Schenken eines Produktes, das werdet ihr eigentlich bei authentischen und professionellen Kreativen nie erleben, weil diese Gratis-Produkte eigentlich dem Kreativen nicht weiterbringen, nur sehr, sehr kurzfristig und jemand, der langfristig unterwegs ist, der langfristig authentischen und guten Content liefert, der wird nie in diesem Spektrum denken und arbeiten und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass euch das einfach mal vielleicht klar wird, auch im Nachdenken darüber, weil ich einfach festgestellt habe, dass da manchmal so ein bisschen das Verständnis dafür verloren geht oder die Sichtweise verzerrt wird und um da an der Stelle auch einfach mal eine Lanze zu brechen für bestimmte große YouTuber, die bekommen ihre Produkte auch nicht geschenkt von den Firmen, die bekommen Leihstellung, die kriegen das geschickt zum Testen und die probieren, so gut es geht, Dinge auszuprobieren und zu testen, aber auch die schicken diese Produkte später dann zurück und das ist glaube ich einfach wichtig zu begreifen, dass wenn es da wirklich um partnerschaftliche Zusammenarbeiten und Entwicklung von Projekten geht, dann geht es eigentlich nie darum, dass man irgendwas umsonst bekommt, sondern es geht immer darum zu überlegen, wo will man gemeinsam hin und wie bekommt man das gemeinsam hin und welche Herausforderungen und Problemstellungen können damit gelöst werden und das ist das Ansinnen von jedem seriösen Partner und Unternehmen, mit dem man langfristig zusammenarbeitet. Und dann steht natürlich noch eine einzige Frage im Raum, wie kommt man eigentlich an diese Firmen heran und die faire Antwort ist eigentlich nur durch gute, harte, authentische Arbeit und da kommen die irgendwann auf euch zu oder ihr tauscht euch gemeinsam aus an der einen oder anderen Stelle auf einer Messe und daraus entwickelt sich kurz- oder langfristig eine Zusammenarbeit oder auch nicht. Manchmal entwickeln sich auch einfach nur Freundschaften daraus. Es gibt einen Dritthersteller, Objektivhersteller, ich verstehe mich sehr, sehr gut mit dem Leiter des Produktmanagement und wir sind uns einig darüber, dass wir nie zusammenarbeiten werden und trotzdem treffen wir uns immer auf jeder Messe, weil es einfach lustig ist. Und an der Stelle muss man einfach auch ganz klar sagen, dieses Erzwingen auf die Schnelle, das führt nicht dazu, dass es besser wird, im Gegenteil, sondern einfach wirklich lange ordentliche Arbeit abliefern, dann führt das eine einfach zum anderen und das ist der beste Tipp, den ich euch an der Stelle zu dieser Frage auch geben kann und mit diesen ganz einfachen Gedanken wollte ich einfach mal ein wenig Klarheit über die Themen rund um das Thema Markenbotschafter sein, weil da kursieren immer unendlich viele Gerüchte und ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig weiterhelfen und mit den Gedanken entlasse ich euch heute aus dieser Episode und ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder einen positiven Kommentar oder eine Bewertung oder ein Abo dalasst auf den üblichen Podcast Plattformen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020